Die eigene Kindheit noch einmal aufleben lassen. Mit Actionfiguren, seltenen Turnschuhen oder alten Videospielen. Hier werden Alltagsgegenstände der Popkultur wie Kunstobjekte präsentiert. Es ist das erste Museum dieser Art in Europa. Gegründet wurde es vom deutschen Schauspieler Oliver Koritke und seinen Freunden Niklas Beckert und Oliver Kircher. Ich möchte damit erreichen, dass die Menschen irgendwie hier, wie gesagt, ihre Kindheit, in ihrer Kindheit irgendwie wieder träumen. Dass die Menschen hier Sachen sehen, die sie vermissen. Und im Großen und Ganzen ist es natürlich das, was wir sind, was wir gelebt haben, gespielt, gegessen, gehört, gefahren, was Sportgeräte angeht. Die ausgestellten Objekte stammen aus den 1960er bis 80er Jahren. Die Zeit der Kindheit und Jugend der Museumsgründer und auch vieler Besucher. Ich fühle mich gerade zurückversetzt in die Garage meiner Eltern, wo alle meine alten Spielsachen noch in Kisten stecken und in alten Schränken. Das ist wirklich eine kleine Zeitreise zurück. Ich habe immer gedacht, dass solche Spielsachen weggeschmissen werden irgendwann. Aber bei Olli merkt man, okay, man kann das auf alles aufheben. Und so in Kombinationen sieht das total toll aus. Da wird mir warm ums Herz, weil ich auch hier Sachen sehe, die ich immer wollte. Meine Eltern nie wussten, warum ich das unbedingt haben will und folglich ich das auch nicht bekommen habe. Auch mit Anfang 40 sind die Museumsgründer noch in der Street-Art-Szene aktiv. Seit mehr als 20 Jahren sind sie befreundet. Oliver Koritzke ist seit den 90er Jahren ein bekannter Schauspieler in Deutschland. Mit der Krimi-Komödie Die Musterknaben hatte er seinen Durchbruch. 1999 hat er in der erfolgreichen Komödie Bang, Boom, Bang mitgespielt. Seit mehr als 20 Jahren sammeln Oliver Koritzke und seine Freunde nun Spielzeug und Turnschuhe. Mittlerweile besteht ihr Fundus aus mehr als 5000 Actionfiguren und 2000 Paar Sneaker. In der aktuellen Ausstellung liegt der Fokus auf den 80er Jahren. Wir sind alle erwachsen geworden und haben einfach immer noch dieses Gehen in uns. Und es macht uns auf der einen Art glücklich, auf der anderen Art bereitet es einem Stress, weil es ein Fass ohne Boden ist, weil man immer wieder einen neuen Schuh braucht. Die Sammlung des Museums hat inzwischen einen Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro. In der nächsten Ausstellung wollen Oliver Koritzke und seine Freunde die 90er Jahre in den Mittelpunkt stellen. Von der Krimi-Komödie Von der Krimi-Komödie